Geh nicht zu weit, damit du dich selber noch stoppen kannst. Du redest, du redest, du redest und keiner versteht es. Du redest, du redest, du redest und keiner versteht es. Das scheint heute normal zu sein. Bla, 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 was redet er da? Aufs Wahnsinn verlierst du dein Rennen und du hast es noch nicht mal begonnen. Die Angst zu scheitern ist da und sie lässt dich nicht los. Und sie lässt dich warten auf die möglichst richtigen Zeichen, auf die möglichst richtigen Weichen und auf das Wort. Diese Gründe festen dich auf, also sauf und geh drauf. Musik 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 Zeig den Dummen nicht, dass du schlauer bist Zeig den Schlauen nicht, dass sie immer sind Untertitelung des ZDF, 2020